Herr Präsident, meine Damen und Herren, das war ja so ein bisschen von der Sorte meine schönsten Erlebnisse des letzten Jahres, stammt die Schulen-Städtepartnerschaften, was uns hier vorgetragen wurde. Und über das Wort Stabilität, was dann ja doch nochmal auftaucht im Wortschatz, früher öfter mal genutzt, Kollege Saleh, das Wort Stabilität habe ich fast vermisst, das kam ja Gott sei Dank dann doch noch zum Schluss, da bleiben Sie sich selber treu. Dieser Doppelhaushalt, naja, dieser Doppelhaushalt, den Sie heute hier verabschieden werden, ist die letzte müde Amtshandlung einer zerstrittenen und handlungsunfähigen Koalition. Und auch diesen Haushalt hätten SPD und CDU nicht miteinander gestemmt, wenn die wirtschaftliche Lage nicht so gut wäre wie seit langem nicht mehr und die Steuereinnahmen nicht kräftig sprudeln würden. Vielmehr noch, die Wahrheit tut meistens weh, vielmehr noch hat diese Koalition die Haushaltsberatung regelrecht dazu gebraucht und auch missbraucht, um ihre andauernde Streitereien und Konflikte mit Geld zu befrieden. Und dabei hat die Faustformel immer gelautet, je größer und tiefer der im Streit ausgehobene Koalitionsgraben gewesen ist, desto mehr Geld brauchte es, um diesen Graben auch zu füllen. Ein Wahlkampfhaushalt ohnegleichen wird heute von SPD und CDU verabschiedet. Waren im Senatsentwurf für den Doppelhaushalt noch 1,3 Milliarden Euro mehr Ausgaben verzeichnet, beträgt der stattliche Zuwachs in dem, was heute vorgelegt wurde, bereits sagte 2,4 Milliarden Euro mehr. Heute liegt uns die Beschlussempfehlung des Hauptausschusses als Ausweis dieser Politik auf dem Tisch. 75 Seiten Änderungsantrag hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Das ist fast ein Telefonbuch. Manche Städte haben dünnere Telefonbücher als dieser Änderungsantrag. Und ich würde mich nicht beim Länderfinanzausgleich so freuen, Herr Saleh, und vor allem würde ich nicht die falsche Botschaft in die Welt setzen, die Sie ja schon bereits gesetzt haben. Man würde 500 Millionen Euro mehr kriegen, die Sie auch schon wieder in Ihrer Maschinerie verteilen wollen. Wir bleiben, wenn wir Glück haben bei dem, was wir haben, weil die Stadtstaatenwertung tatsächlich nicht angegriffen worden ist, aber die Verhandlungen sind noch längst nicht am Ende. Und da sollten wir uns jetzt nicht rüber und Geld ausgehen, was wir noch lange nicht eingefahren haben. Da sollten Sie sich mal zurückhalten. Ja, jedes Koalitionsproblem mit Geld zugeschüttet. Und die beste Aktion dieser Art haben Sie uns ja noch einmal selber ins Gedächtnis gerufen. Nach der Regierungserklärung zur Flüchtlingspolitik vor vier Wochen hing der rot-schwarze Haussegen ja gewaltig schief. Gut, dass die neueste Steuerschätzung aber damals mehr Geld in Aussicht stellte, so konnten die Fraktionsspitzen von SPD und CDU schnell einen dreistelligen Millionenbetrag zur Demonstration von Handlungsfähigkeit schnüren. Und Herr Saleh, das war wirklich eine rührende Geschichte, die Sie erzählt haben. Von der Familie mit dem Mindestlohn und wie schwer das alles ist und so weiter. Es wäre nur schön, wenn Sie nicht nur schöne Geschichten erzählen, sondern auch wirklich... Es wäre schön, wenn Sie nicht nur schöne Geschichten erzählen, sondern auch tatsächlich rechnen könnten. Wenn Sie in die Kita-Gebührentabelle schauen, müssen Sie feststellen, dass Menschen mit diesem Einkommen... Könnte vielleicht... Können Sie vielleicht... Herr Schneider, ein bisschen zu Räson gerufen, er ist so laut. Auch hier gilt, mal wieder ein bisschen mehr Ruhe. Bitte. Familien mit einem Mindesteinkommen, Herr Saleh, und die Kita-Gebührentabelle Ihrer Senatsschulverwaltung hilft Ihnen das sicherlich weiter, zahlen 20 Euro im Monat für einen Ganztagsplatz, neun Stunden in der Krippe. Das ist die Wahrheit, die Sie hier verschwiegen haben, genauso wie Sie offensichtlich verschwiegen haben. Ich sage lieber nichts zum Thema Diäten und was noch sonst dazukommt bei dem einen oder anderen hier im Hause. Sie haben diese Kita-Gebühren-Befreiung für Besserverdienende, und das ist sie tatsächlich, gegen die eigene Partei, gegen den eigenen regierenden Bürgermeister, gegen den Älterwillen. Der Landeseltern-Ausschuss schickt noch Mails am heutigen Morgen und sagt, Sie wollen das gar nicht, Sie würden dieses Geschenk, dieses unwillkommene Geschenk gerne umtauschen, Herr Saleh. Das haben Sie als Ego-Trip hier durchgesetzt, und das kostet alle 80 Millionen Euro zum Schluss, damit Sie hier rührende Geschichten erzählen können, die hinten und vorne nicht stimmen. Und ja, es geht noch weiter. Ich will auch an dieser Stelle, weil es sich so gut eignet, mit einer Legende aufräumen, die, wie das bei Märchen so oft der Fall ist, jeder realen Grundlage entbehrt. Und sicherlich wird der Kollege Graf, Herr Saleh hat es ja auch schon, Sie gleich wieder zum Besten geben und sich zum Hüter der Haushaltsdisziplin hochstilisieren. Seit die CDU in Berlin regiert, würden keine neuen Schulden mehr gemacht, lautet diese Legende. Ich sage Ihnen nur, ich kenne nur eine einzige Fraktion hier im Hause, die in der Vergangenheit die grundsätzliche Notwendigkeit der Konsolidierungspolitik infrage gestellt hat. Nur eine Fraktion, eine einzige, die fundamental Opposition gegen jede Form der Haushaltssanierung betrieben hat. Und das war die CDU-Fraktion, die sich in die Büsche geschlagen hat. Für meine Fraktion kann ich sagen, trotz Opposition haben wir uns nicht vor der Gesamtverantwortung für die Stadt gedrückt. Wir haben uns im Unterschied zu Ihnen verantwortlich gezeigt. Zur Erinnerung, als 2001 die Berliner CDU aus dem Senat rausging, gab Berlin 162 Prozent der Steuereinnahmen allein für Sachkosten und Personal aus. Sie überstiegen deshalb um ganze 6 Prozent die gesamten Einnahmen des Landes Berlin. Da waren noch keine Investitionen getätigt und die Zinsen waren auch noch nicht gezahlt. Und damals war wirklich Land unter. Die entscheidenden beiden Vorhaben zur Konsolidierung, nämlich den Solidarpakt im öffentlichen Dienst und den Ausstieg aus der alten Wohnungsbauförderung, haben wir nicht in jedem Detail, aber im Grundsatz immer unterstützt. Ganz anders die CDU-Fraktion. Die schrie damals CETA und Mordio und Propaganda, wargierte den Westberliner Staatssozialismus aller Landowski, als das schon längst keiner mehr bezahlen konnte. Es gibt also keinen Grund, sich hier mit fremden Federn zu schmücken, Herr Graf. Das finde ich tatsächlich unerhört. Meine Damen und Herren von der SPD, Sie können sich tatsächlich gutschreiben, die harte Arbeit der Konsolidierung gemacht zu haben, als es notwendig gewesen ist. Die Methode, mit der das durchgezogen wurde, allerdings das Sparen bis es quietscht, was nichts anderes als Rasenmähermethode bedeutete. Dieses Vorgehen rächt sich jetzt bitter. Ja, der Solidarpakt im öffentlichen Dienst war für eine gewisse Zeit notwendig, aber an der von SPD und Linkspartei beschlossenen Zielzahl von 100.000 Stellen im öffentlichen Dienst haben Sie alle miteinander ohne Sinn und Verstand so lange festgehalten, bis nun kaum noch etwas in den Verwaltungen funktioniert. Insofern beklagen Sie, die den 100.000er-Beschluss gefasst und daran festgehalten haben, Zustände, die Sie selbst zu verantworten haben. Das ist durchsichtig. Und Sie alle miteinander haben die Personalentwicklung des Landes Berlin verschlafen, vernachlässigt und liegen gelassen, jahrelang. Die Bürgerinnen und Bürger zahlen für diese Unfähigkeit inzwischen die Zeche. Auf dem Bürgeramt, wo es keine Termine mehr gibt. Im Jugendamt, wenn Sie einen Kita-Platz beantragen. In der Kfz-Stelle, wenn Sie Auto ummelden wollen. Das Land Berlin ist kaum noch mehr in der Lage, seine gesetzlich vorgeschriebenen Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger zu erbringen. Was für ein Armutszeug ist für die selbsternannte Smart City. Meine Damen und Herren, in seiner ersten Regierungserklärung vor knapp einem Jahr hat der regierende Bürgermeister versprochen, hier auch Abhilfe zu schaffen. Er hat uns keine großen Visionen, aber konkretes Handeln und Arbeiten für die Stadt in Aussicht gestellt. Herr Müller, Sie haben Folgendes gesagt, wenn ich zitieren darf, was ich mit dem guten Regieren meine. Konkretes Handeln, das zuallererst das Leben der Menschen in dieser Stadt besser machen soll. Die Stadt muss wieder funktionieren. Das ist richtig. Die Wahrheit ist aber, diese Koalition bekommt inzwischen nicht einmal mehr die alltäglichen Probleme in den Griff. Weder die in den eigenen Reihen, noch die der Stadt. Dieser Senat hat es geschafft, dass die Berlinerinnen und Berliner bei allen großen und kleinen Themen unserer Metropole das Wort Problem mitdenken. Verwaltungsproblem, Flüchtlingsproblem, Verkehrsproblem, Flughafenproblem, Staatsoperproblem, Termine auf dem Bürgeramt, Problem, Schultoilettenproblem, S-Bahnproblem, Herr Salé. Und zwar ein andauerndes Problem. Und was uns noch lange begleiten wird, anstatt die notwendige Ausschreibung bereits 2012 vorzunehmen, hat der Berliner Senat mit ideologischer Unterstützung der SPD-Fraktion unter all den Verkehrssenatoren Junge Reier, Michael Müller und Andreas Geisel kostbare Jahre verloren, was uns jetzt allen mit dem Monopolisten Deutsche Bahn teuer zu stehen kommen wird. Denn anstatt schon 2017 mit neuen S-Bahnen zu fahren, müssen wir die alten Kisten bis mindestens 2021 aushalten, die notdürftig und dazu noch auf Kosten des Steuerzahlers aufgearbeitet werden. Wenn die alten Kisten überhaupt noch zuverlässig fahren werden, denn mit Zuverlässigkeit und Qualität hat die S-Bahn nicht gerade von sich zu reden gemacht. Mehr Kosten in Milliardenhöhe und ein drohendes S-Bahn-Kar aus für mindestens fünf weitere Jahre, das ist die traurige Bilanz der SPD-Verkehrspolitik in Berlin. Ach ja, und auch der deutschen Bahnpolitik in Berlin, sage ich mal in Ihre Richtung. Mit Großprojekten kann die SPD auch nicht mehr richtig punkten, die Große Koalition insgesamt nicht mehr. Da brauchen wir nur einen Blick auf die Kostenexplosion bei der Staatsoper oder beim irgendwann Hauptstadtflughafen BRR zu werfen. Der Finanzsenator hat das ja schon richtig formuliert. Man kann sich zwei Großprojekte der Legislatur leisten. Sie leisten sich die immerwährende Staatsoper und den Nimmermeer Flughafen und nichts Vernünftiges nach vorne gerichtertes für die Stadt. Doch das größte Desaster, und ich finde es schon ein bisschen erbärmlich, dass Sie dazu nichts gesagt haben, Herr Salé, das größte Desaster, weil es eben keine Frage allein von Geld oder Image alleine ist, sondern weil es Menschen betrifft, Menschen, die vor Krieg und Gewalt geflohen sind und bei uns Schutz und Hilfe suchen, das größte Desaster findet in der Turmstraße 21 am Lageso statt. Es ist nicht wirklich was zum Klatschen, aber es ist tatsächlich die traurige Wirklichkeit, die in Ihrer Aufzählung, wo Sie überall gewesen sind, nicht vorgekommen ist. Und wenn Sie von Stabilität und von gemeinsamen Handeln hier so schön gesprochen haben, dann frage ich mich, wo das gemeinsame Handeln eigentlich hier ist in der Frage. Der regierende Bürgermeister hat vor vier Wochen hier eine sogenannte Rücktrittsrede, das war eine freudsche Verspreche, eine Ruckrede wurde sie bezeichnet, eine Rücktrittsrede wurde dann daraus hier gehalten. Das Bauernopfer folgte gestern mit dem Rücktritt des Lageso-Präsidenten Herrn Allert und heute Morgen folgte schon auf den Fuße die Reaktion der CDU-Fraktion, dass er eine öffentliche Hinrichtung gewesen. Das ist sozusagen das Thema des Stils in Ihrer Koalition. Besser wird die Lage dadurch aber nicht. Denn nach wie vor drängen Tag und Nacht hunderte Menschen auf das Gelände und besonders am späten Abend und am frühen Morgen spielen sich dort dramatische Szenen ab. Familien mit Kindern, erschöpft von den Strapazen der Flucht, müssen bis tief in die Nacht warten, um überhaupt in eine Unterkunft zu finden. Völlig übermüdete, weinende Kinder, erschöpfte Helferinnen und Helfer, die trotz allem noch die Menschen mit Decken und Essen versorgen. Das sind Zustände, die bei einer deutschen Hauptstadt nicht für möglich gehalten hätte. Flüchtlinge übernachten im Freien in der Kälte, weil sie schlichtweg keine Kostenübernahmen mehr bekommen, für eine Unterkunft, obwohl sie vorgeladen worden sind. Und morgens, wenn man zwei Uhr überhaupt als morgens bezeichnen kann, stellen sich wieder die Ersten schon an. Manche mit Terminzetteln, die oft das Papier nicht wert sind, auf dem sie vermerkt sind. Und wenn dann morgens so viel geöffnet wird, kommt es regelmäßig zum totalen Chaos. Alle drängen verzweifelt rein, in der Hoffnung, möglichst weit vorne anzukommen. Vorgestern Nacht muss ein Mann mit Herzproblemen wiederbelebt werden. Leider kein Einzelfall. Knochenbrüche und andere Verletzungen sind ebenfalls nicht selten. Heute am Tag der Menschenrechte gilt, glaube ich, umso mehr, dass La Gese ist eine Schande für Berlin und Deutschland, meine Damen und Herren von der Koalition. Die Zustände am La Gese sind menschenunwürdig. Hier spielt sich inzwischen eine humanitäre Katastrophe ab. Und inzwischen ist das La Gese in den bundesweiten Medien, in den Tagesthemen, im Morgenmagazin nahezu täglich Thema. Selbst die New York Times berichtete inzwischen über die chaotischen und inzwischen lebensgefährlichen Zustände. Und die Liste der Probleme können wir alle den Medien entnehmen. Wir kennen sie alle. Wir kennen auch alle die Zitate der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am La Gese, die vom Chaos sprechen, die davon sprechen, dass sie wissentlich 500 Terminzettel ausstellen, obwohl nur 200 bearbeitet werden können. Wir wissen um die Rechnungen, die liegen geblieben sind für die Träger, die auch an den Grenzen ihrer finanziellen Kapazitäten inzwischen arbeiten. Und neuerdings hat sich noch hinzugesellt, dass man Weihnachten zumacht und die Flüchtlinge nicht registriert. Und dass Duschen in Tempelhof auch über Weihnachten ausfallen soll. Das ist wahrlich nicht christlich. Da hat der Kollege Birk recht. Und vielleicht sollten Sie sich mal einfach klar machen, Herr Czaja, Herr Müller, da kommen doch Menschen und keine Verwaltungsvorgänge, die man da zu behandeln hat. Und wenn bald auch noch das Thermometer unter 0 Grad sinkt, dann stehen erst recht Menschenleben auf dem Spiel. Und ich frage mich tatsächlich, will man es eigentlich so weit kommen lassen? Warum gibt es dagegen eigentlich noch keine Idee? Und was ich finde, was Sie hier tun müssen, ist mit der Legende der andauernden Überforderung aufzuhören. Niemand hat jemals behauptet, dass das eine leichte Aufgabe ist. Und wir alle wissen um die große Herausforderung in der Flüchtlingsfrage. Doch es war seit Anfang des Jahres bekannt, dass die Zahlen steigen. Andere Bundesländer haben Vorsorge getroffen. Und ich möchte den THW-Chef Brömme, der ehemalige Landesbranddirektor des Landes Berlin, also gut mit der Stadt vertraut, hier zitieren, der vor einigen Tagen sagte, wir hätten uns besser vorbereiten können. Praktisch hat Berlin auf ganzer Linie versagt. Über die Poste rund um Tempelhof, das Gesetz, was dringlich war und jetzt irgendwie nicht mehr dringlich ist, der Blindflug bei der Gründung des neuen Landesamters, will ich hier gar nicht mehr sprechen, so desaströs ist das alles. Was wir hier allerdings erleben, ist ein unerhörtes Regierungs- und Verwaltungsversagen. Und dafür muss man als zuständiger Senator auch die Verantwortung übernehmen, Herr Czaja. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich mal Bayern lobe, aber ich will es trotzdem anbringen. Bayern ist nicht deswegen besser als Berlin in der Registrierung, weil sie nur ein Flächenland sind. Bayern ist besser, weil man dort kein halbes Jahr braucht, um neue Menschen einzustellen und um eine Stelle zu besetzen, wie das in Berlin ja immer noch der Fall ist. Und Berlin hat mit Abstand die meisten Altfälle in der Bundesrepublik, mindestens 15.000 Flüchtlinge, die noch nicht mal registriert sind in der Stadt. Und dadurch kann die Verteilung der Flüchtlinge auf andere Bundesländer nach dem Königstaat der Schlüssel nicht stattfinden. Die nicht registrierten Flüchtlinge bleiben in Berlin und erhöhen den Druck auf die Notunterkünfte. Das kann und das darf auch nicht sein. Und da kann man eben nicht sagen, über Weihnachten machen wir dann mal eine Registrierungspause. Das Traurige ist, und jetzt kriegen Sie auch Ihren Seehofer, Berlin liefert inzwischen die Bilder für all diejenigen, die die Geschichten von der Überforderung in der Flüchtlingspolitik erzählen wollen. Es gibt nur eine dünne Linie, zwischen dem wir schaffen das und dem wir schaffen das nicht. Und ich finde tatsächlich, wir dürfen es nicht zulassen, dass aus der international hochgelobten deutschen Hilfsbereitschaft die deutsche Überforderung wird. Herr Regierender Bürgermeister, welche Haltung Sie haben, haben wir vor vier Wochen sehr deutlich erfahren. Für Ihre Klarheit, an der Seite derjenigen zu stehen, die diese große Herausforderung mit Mut und Zuversicht anpacken wollen, haben Sie hier im Haus große Unterstützung zugesagt bekommen. Nun haben Sie gestern selber eingegriffen und den Präsidenten des Landesamters enthoben, glaube ich. Ich glaube, die rechtliche Klarheit haben wir noch nicht, in welcher Art und Weise das geschehen ist. Aber auf der anderen Seite, Sie haben selber auch versprochen, für eine Besserung der Situation auch zu sorgen. Allerdings muss man sich fragen, wenn Sie die Lage am Lageso tatsächlich verbessern wollen. Und wenn das schon so weit ist, dass der Regierender Bürgermeister in eine einzelne Verwaltung eingreifen muss und dort für Ordnung sorgen muss, dann müssen Sie sich schon fragen, ob es nicht an der Zeit wäre, tatsächlich denjenigen zu entlassen, der politisch auch zu verantwortlich ist für diese Situation. Wenn Sie die Zustände am Lageso verbessern wollen, dann reicht das Bauernopferallert nicht. Dann muss auch die politische Führung, nämlich der Sozialsenator Ceyer, entlassen werden, wenn es da besser werden soll. Meine Damen und Herren, wir stehen tatsächlich vor großen Herausforderungen. Und nicht allein die Keilerei der letzten Tage rund um das Lageso hat gezeigt, dass die Gemeinsamkeiten von Rot-Schwarz längst aufgebraucht sind. Wenn Sie nicht gemeinsam mehr agieren, wie soll das denn überhaupt noch in der Stadt funktionieren? Sie praktizieren, regieren auf kurze Sicht und sind nicht mehr in der Lage, große Aufgaben anzupacken. Es ist illusorisch, dass eine Regierungskoalition, in der der eine Partner auf das Ende im September hofft und der andere sich vor dieser Wahl fürchtert, noch Visionen für unsere Stadt entwickelt. Die wichtigste neue Aufgabe für die kommenden Jahre ist zweifellos die Integration und Aufnahme all der Menschen zu organisieren, die nun zu uns kommen. Und wir dürfen die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen und die Integration in Bildung, Ausbildung, Arbeitsmarkt und Wohnungsmarkt auf die lange Bank schieben. Wir müssen bei den Kleinsten anfangen und Kita- und Schulplätze bereitstellen. Aber auch für die Jugendlichen, die zu uns kommen, ist eine zügige Unterbringung an Schulen für Schulabschlüsse, an denen sich eine Berufsausbildung anschließen kann, dringend notwendig. Und die Berliner Wirtschaft hat zugesagt, dass sie dabei uns unterstützt, uns die Politik, was gut und richtig ist. Andererseits muss Politik dann aber auch ihre Hausaufgaben machen und endlich dafür sorgen, dass nicht mehr aus der Schule, aus der Ausbildung heraus Jugendliche abgeschoben werden, die gerade dabei sind, hier bei uns ein neues Leben anzufangen. Berlin hat in den vergangenen Jahren genügend Haushaltsüberschüsse aufgebaut, um die Kosten für die Unterbringung und Integration der Geflüchteten ohne Steuererhöhungen und ohne neue Schulden zu bewältigen. Wir können und wir wollen das schaffen und wir tragen das Konzept der Koalition auch mit, jährlich mindestens 600 Millionen aus dem Landeshaushalt für Unterbringung, Lebensunterhalt, Bildung und Integration der Neuankömmlinge zur Verfügung zu stellen. Allerdings glauben wir, dass die zusätzlich bereitgestellten 22 Millionen Euro für die Integration der Geflüchteten nicht ausreichend sind. Um die gesellschaftliche, die schulische und die berufliche Integration der Geflüchteten und ihrer Kinder zu gewährleisten, erhöhen wir dafür die vorgesehenen Mittel um weitere 50 Millionen Euro. Und unser Anspruch ist unserem vorliegenden Antrag auch zum Haushalt formuliert, weil ich glaube, dass wir da tatsächlich eine riesige Aufgabe vor uns haben. Wir müssen tatsächlich beweisen, dass wir den Schutz der universellen Menschenrechte uns nicht nur auf die Fahnen geschrieben haben, sondern diesen auch wirklich leben und unser Versprechen unter allen Umständen auch einlösen werden. Wir wissen auch zudem aus historischer Erfahrung, Herr Saleh, und da gebe ich Ihnen recht, die Strahlkraft von Demokratie und Freiheit zu erhalten und auszubauen, ist der wichtigste Beitrag, Diktatur und Terror nachhaltig zu bekämpfen. Doch nicht nur Flüchtlinge kommen in unsere Stadt. Wie kommen eine andere Stadt, zieht Berlin bis heute Menschen aus aller Welt an, die hier ihre neue Heimat finden. Berlin ist zweigeteilt, kommentierte allerdings kürzlich der Tagesspiegel und fuhr sogar fort mit der Überschrift, Berlin sei die Hauptstadt des Versagens. Und weiter, wie paradox, jedes Jahr ziehen Zehntausende in das weltweit ausstrahlende, attraktive Berlin, um hier eine geteilte Stadt zu finden. Hier das, hier das vor Kreativität und lebenslos vibrierende Berlin, dort grauester DDR-Amtsstubensozialismus. Spätestens bei dieser Gegenüberstellung, beschweren Sie sich beim Tagesspiegel, wenn es Ihnen nicht passt, spätestens bei diesen Gegenüberstellungen muss jedem klar werden, dass es nicht reicht, sich auf den Ruf der Stadt und die gute wirtschaftliche Entwicklung, die Kreativität der Menschen und dem ungebremsten Zuzug nach Berlin auszuruhen. Berlin wächst und verändert sich täglich. Wie kommen eine andere Metropole in Europa, bietet unsere Stadt noch die Möglichkeiten, sich auszuprobieren und noch Freiräume zu haben. Daraus erwachsen Kreativität und Engagement vieler Menschen, Initiativen und Start-ups, auf die wir zu Recht stolz sind. An dieses Potenzial gilt es zu fördern und zu heben und nicht auszubremsen. Kultursenator Müller hat versprochen, diese Freiräume zu erhalten. Getan hat er dafür wenig. Genauso verhält es sich mit der hochgelobten, vielfältigen Kulturszene unserer Stadt. Wenn es an die Finanzierung der freien Szene geht, duckt sich der Senat weg. Unsere Stadt profitiert von den Berlin-Machern, also von denjenigen, die einfach loslegen und Berlin besser machen. Und deswegen sagen wir ganz deutlich, unser Berlin, unsere Stadt, muss eine Stadt der Möglichkeiten bleiben. Und das kommt in den nächsten Jahren besonders darauf an, dem Wachsen um unserer Stadt eine Richtung zu geben. Unser Ziel muss sein, dass alle Menschen in unserer Stadt von der Dynamik profitieren, dass Berlin nicht mehr die Hauptstadt der prekären Beschäftigung ist, im Übrigen auch im öffentlichen Bereich, Stichwort sage ich nur Musikschulen und Co., sondern Arbeitsplätze und Einkommen mit der wirtschaftlichen Entwicklung endlich auch Schritt halten hier bei uns in der Stadt. Wir müssen es schaffen, dass auf dem umkämpften Wohnungsmarkt nicht weiter massive Verdrängung von Geringverdienern und von Familien mit Kindern stattfindet. Und wir müssen vor allem das erhalten, was Berlin lebenswert macht. Die Offenheit und die Freiheit, aber auch das viele Grün und das gesunde Wasser, was unsere Stadt so lebenswert macht. Jahrzehntelang kam Wechsel der Senat, da hat sich keiner von denen was genommen, die Infrastruktur kategorisch auf Verschleiß gefahren. Egal ob Verkehrswege, Schulen, Kitas oder Krankenhäuser. Unterlassene Instandhaltung ist eine besonders teure Form der Verschuldung. Diese Einsicht ist inzwischen bei allen gereift. Jeder Schlagloch ist ein Haushaltsloch und jedes kaputte Schuldach ist zugleich ein Haushaltsdefizit, das wir unseren Kindern hinterlassen. Über das Umsteuern der Investitionspolitik sind wir froh. Haben wir doch lange darum gestritten als Grüne. Und auch bei der letzten Haushaltsberatung, jetzt ist Thorsten Schneider leider gerade draußen, hat nämlich besonders laut auch geschrien an der Stelle bei der letzten Haushaltsberatung. Ich glaube, finanzpolitischer Irrsinn, Blindflug und Ähnliches waren die Worte, die hier vorne ankamen, sind wir dafür gescholten worden, für den Vorschlag, die Hälfte der Jahresüberschüsse in Investitionen zu stecken. Heute heißt das Ganze siever. Und die Koalition ist stolz wie Bolle darauf, als ob es allein erfunden hätte. Damit ist aber doch lange nicht getan, tatsächlich. Und abgesehen davon, dass Sie das Geld auch nicht mal schaffen, auszugeben, was Sie da eingestellt haben. Wir brauchen aber eine nachhaltige Investitionsstrategie, Kollege Salé, die mehr ist, als die momentane Wohlfühlpolitik, termingerecht zum Ende der Legislaturperiode. Und die 75 Seiten der Nachträge, wo man auf jeder Seite ungefähr die Wahlkreise einzelner Abgeordneten aus der Koalition erkennen kann, die alle noch ein Pölsterchen gekriegt haben, die habe ich leider nicht mit nach vorne genommen. Aber diese Gießkanernpolitik der Großen Koalition ist uns ja leider wohl bekannt. Stattdessen bräuchte es Investitionen in eine vernünftige, nachhaltige Infrastruktur für die Energie, für die Wasser, für die Abfallwirtschaft, in eine moderne Mobilität und nicht in den S-Bahn-Murks, für die energetische Modernisierung und für mehr Stadtgrün. Bei SPD und CDU bis heute Fehlanzeige. Und täglich grüßt das Murmeltier, heißt das im Übrigen auch, wenn zwischen SPD und CDU mal wieder in der Energiepolitik die Fetzen fliegen. Schlimmer noch, nachhaltige Investitionen in eine ressourcensparende und klimaverträgliche Infrastruktur sind für Sie tatsächlich Neuland. Und ich glaube allerdings, und damit bin ich nicht alleine, denn die Berliner Wirtschaft hat vor einigen Wochen einen Green New Deal für die Stadt abgeschlossen, ohne Beteiligung der Politik. Der Senat hält sich bei sowas ja lieber raus. Der Green New Deal, der heißt, mit der Energiewende, der Digitalisierung und dem Internet der Dinge stecken wir mitten in einer großen industriellen Revolution, die sich rasend schnell vollzieht und bei der Infrastruktur- und Verkehrspolitik nicht nur mithalten müssten, sondern eigentlich auch vorne sein müssen, um die richtigen Impulse zu geben. Davon ist Berlin trotzdem Punkt der digitalen Agenda noch sehr weit entfernt. Aber ich glaube nach wie vor, dass Berlin die große und auch einmalige Chance hat, zu zeigen, dass nachhaltige Technologie- und Ressourcennutzung in einer modernen Großstadt nicht nur möglich ist, sondern auch zum Motor für eine ökonomische Renaissance werden kann und gar zu einem grünen Wirtschaftswunder für die Stadt werden könnte. Nicht nur an diesem Thema, sondern an der gesamten Regierung in Berlin sieht man durchaus, dass es keineswegs egal ist, wer regiert. Es geht um zentrale Fragen der Zukunftsgestaltung. Stillstand oder Dynamik? Streit oder Zuversicht? Abschottung oder Offenheit? Die Berlinerinnen und Berliner werden spätestens im September 2016 ihre Wahl treffen, da bin ich mir sicher.